Und da kam eben noch ein Hunter, hast du gesehen, ne? Ja, ich weiß. Da kam auch immer mehr. Gut, dass ich ihm schnell zugemacht habe. Boah, da kam auch immer mehr, ey. Schreckliche... Da kann man nur sagen, verfickte Scheiße. Aber wir dürfen das ja um die Uhrzeit. Oh, Witchjäger, ja gut. Hätte die eine, die in der Klemme steckte, habe ich ja platt gemacht. Guck mal, wie die gierigen, ne? Wie die gierigen Geier. Ja, ist aber normal, ne? Dann zünden wir das Midnight Rider Finale. Das ist mit Feuerwerk, Rauchbomben, Lichtern und alles zum Zeug. Der Heli-Pilot muss das sehen. Das ist jetzt die letzte. Ja. Das andere war gerade immer die vierte. Aber von den drei Kapiteln, ey, fand ich das jetzt schon am heftigsten. Also warum haust du mich? Einmal nur so. So. Meinetwegen. Küssen die sich die zwei, oder was? Weiß ich nicht. Weil die da so doof in der Ecke stehen. Ja, die daten sich noch. Was haben wir denn hier? Ne, warte mal, ich will die AK nachladen. Ich geh wieder zu. Okay, mach offen, komm. Wir wagen da jetzt hier durch. Ist noch ein Pott hier. Ich weiß, auf dem Pott sind immer Drogen. Weißt du? Boomer-Kotze. Drogen den ganzen Tag. So, wenn wir im Konzert sind, gleich einfach mal die Boomer-Kotze da hinwerfen. Autsch. Guten Tag. Gibt natürlich alles von hinten ab. Na ja, Rochelle. Wow. Und von vorne. Wow. Ja. Gibt natürlich gerade alles ab. Wir müssen weiter, unbedingt. Ja, ich weiß, aber es war gerade die Kotze. Gibt es hier alles in den Rücken rein? Ja, ich weiß. Ja, es ist normal. Alter, bist du ein beschissener Schütze? Bist du ein beschissener Schütze? Da hinten ist nix. Ne. Hab ich auch gemerkt. Oh, ich hab ja... Pistolen nachladen, ne? Ach du Scheiße. Ja. Let's get ready for the one ball. Was denn? Du sagst Pistolen nachladen und du rennst vor. Ja, ich dachte, du bist schon fertig. Nein, ich musste noch meinen Zwei-Pistolen nachladen. Okay. Okay, warte. Wow, guck mal hier. Ja, ich nehm... Ich nehm die hier. Ja, wo ich nehm die Schrotflinte. Ja, wollte ich nämlich auch nehmen. So. Wer macht's an? Wo? Ach, hier oben. Warte mal, warte mal, hier unten ist noch was. Was ist denn hier unten noch? Also nicht. Was? Was ist da? Hä? Ach, Feuerweckskörper. Warte mal, lass uns die mal irgendwo... Ich verteil die mal irgendwo. Siehst du die? Ja, die sollen wir auch zünden. Dann mach du das. Mach das gleich. Wo müssen die denn hin? Okay, hier oben sind Medipacks. Alter. Lass es schalten. Jetzt. Jetzt kommt sie. Jetzt kommen sie. Es geht los. Hast du das gar nicht mitbekommen hin? Doch. Aber mir war noch nix. Ich sag ja, jetzt geht's los. Meinst du, ich da Feuerwerkskörper schon mitzündet hab? Ja, dass sie da hingehen, ne? Deswegen. Ich halte ja von euch schon mal ganz ab. Ja, die kommen aber von hinten. Ohohoho. Ah, Rohrbomben hier. Werf ne Rohrbombe. Hehehe. Rohrbombe. Gitarre hier. Morlodorf. Ja, erstmal heilen hier. Ja. Hier oben ist noch eins. Halte ich da auch mal. Halte ich und ich halte ich in Deckung. Das ist ja mal geil gemacht. Da kommt ein Cha-Cha. Oh, der hat dich aber mitgenommen an der Stelle. Da oben, guck mal. Bank. Oh, da. Da oben. Was du willst, ein Adrenalinschuss? Kannst du ihn haben. Den müssen wir unter Beschuss halten. Wenn wir mal nicht aufeinander zielen. Autsch. Na du Drecksack. Danke, Süßer. Alter. Hab ich schon. Yeah. Ja, das habe ich ihm auch gemacht. Da kamen die mir nicht alle. So. Wir müssen hier lang. Wo? Würde ich sagen. Hey, ich dachte, Hilfe naht. Wow. Warte, das ist, weil du wieder angeschaltet hast. Hier, eine Überraschung für euch Jungs. Ja, da kommen wir wieder. Ups. Sorry, war kein Absicht. Du siehst manchmal aus wie ein Zombie. Dankeschön. Cha-Cha. Bitteschön. Ich brauche unbedingt nur die ganz schnell. Ich habe noch nicht im Monifeld gefunden. Ja, hier oben ist er noch. Ja, ja, ja. Oh, wenn dich ein Zombie in den Zwicken hat, ne? Kannst du nicht weiterlaufen. Ich glaube, wir müssen hier oben lang. Ich weiß es nicht. Nee, doch nicht. Hier fällt sie nur runter. Wo müssen wir denn lang? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Sie sagt nur Hilfe naht. Nur wie lange? Keine Ahnung. Ist ja nicht mal ein Counter. Hast du das Licht gerade ausgemacht wieder oder was? Ich habe gar nichts gemacht. Bei mir läuft das noch. Mir ging gerade einmal das Licht aus. Ah, jetzt müsste das gehen. Ja. Oh, oh, Tank. Von oben. Da. Der wird was. Na, dann komm her. Nimm mich. Du willst auch mich? Oder nicht? Ja, jetzt dauert es die ganze Schau hier lang oder was? Scheint so, ne? Da. Da kommt der Helikopter. Jawohl. Ich versuche, jetzt fällt er noch. Jetzt geht er noch down. Wahrscheinlich, ne? Wir müssen da hoch. Egal. Ja, komm. Ich bin noch hinter dir. Fröhliche Weihnachten. Komm, rutsch. Komm rein. Schnell. Warum steht sie denn da draußen? Weiß ich nicht. Weil bestimmt noch zu viele Zombies hier sind. Ach, jetzt, ey. Weil du den Tank wie reingeboxt hat. Midnight Rider. Wey. Hier, wir haben es geschafft. Boah, Alter. Manche sind, manchmal sind die KIs auch wirklich dumm. Ja. Die überlebenden konnten. Fliehen, mal wieder. Hast du gerade ernsthaft geklatscht? Du bist doch einer. Ja. Dark Carnival. Wie gesagt, wie du schon sagtest, ne? Außer Gefecht nicht fünfmal. Ja. Todesheil 1. Aussage. Die Fibrillator braucht man diesmal nicht. Ne, bin ja auch froh drüber. Wo wir gleich ganz verreckt sind. Bin aber ziemlich weit oben im. Getötete Boomer zehn Stück. Ach, du Scheiße. Ja, und sonst bin ich mal unten. Getötete Chokees. Sechs Stück. Bitter sechs. Ach, Mann. Wenigstens Chana litten. Ja, Rochelle, ist klar, weil die uns in meinen Rücken geschossen hat, die alte. Ja, hat den Witch am meisten getötet. Ich, ah, vier Stück. Genauigkeit ist es. 30% Genauigkeit ist es. Kopfschüsse. Oh, das auch mal. Hey, ich hab aber mehrmals Kopf. Ja, deswegen ja. Ja, ja. 3672. Oh, es werden ja immer mehr. Oh mein Gott, mysteriös. Ja, ganz, ganz mysteriös. Oh mein Gott. Äh. Ne, ist es. Ja, Leute. Dann, bis dahin was fürs zugucken. Das war jetzt das Kapitel. Das viel zu lange Kapitel. Ja, wir haben doch noch genug. Ja, wir haben noch genug. Ja, wir haben noch genug. Ich bin mit meinen Minecraft-Skins dabei von den Zombies und mit den Minecraft-Waffen-Skins. Naja. War ja auch was anderes. Auszuschalten. Ja. Egal. Dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und tschüss.